Oh, oh yes, yes! Oh, 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 God! Herzlich willkommen zurück zu Pflanzenwurst Zombies mit seinem Kippen Katzen und meine Wönlichkeit mit Nebel und Du bist scheiße Äh, okay, wir machen den, den, den 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 und den ganz unten okay nein oh fuck jetzt bin ich wieder oh man das bild ist so klein das wird der kopf ab mein freund zwei wellen muss ich überleben okay das wird er hinkriegt ok den kopf ab das werde ich wohl hinkriegen So, ich will mal langsam anfangen mit Dings. Danke. Oh, endlich! Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. So, so amutas schon mal. Ja, ich weiß Oh nein, der Scheiße, den Typen Ähm, ja, was gibt's da Was gibt's denn Schönes zu erzählen Scheiße, 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 Scheiße Ich wollte schon gerade anfangen, was gibt's denn Schönes zu erzählen Aber ich hab gerade gar nicht so Was ich raushauen könnte Was ich raushauen könnte Ähm, ja, nur konnte Bitte konzentrieren, passt schon Schau, weiß, geht's gut Ihr habt irgendwas Schönes erlebt heute Leute So, das brauchst du jetzt nur auf das achten So, dann nehm ich die Schirren auf Haben wir die Lübe doch erwischt Die haben wir doch erwischt Und was macht ihr so Schönes heute noch Also ich werde ein bisschen Pflanzenwurst-Zombies aufnehmen Hmm Hmm Okay. Okay. Ja. Oh nein, ich hab's falsch gesetzt. Ich will eine Wiederholung. Oh yeah. Achso, es kommt bestimmt... Ah, jetzt kommt fliegende Zombies. Komm jetzt fliegender? Ja, hier auch. Die sind gut. Äh, den, 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 den. Den, den, äh, und den. Achso, den will ich nicht. Ich will den, 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 und... Hm. So, wollen wir mal anfangen, ne? Was ich hier noch, was ich fragen sollte, wie viel ungefähr, wie viel Welten das noch kommt? Ähm, ich denk's bis acht. Achso, ich muss noch... Ach, komm, 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 okay. Ich glaube, ich muss noch, ähm, bis acht oder sechs machen, ich weiss das jetzt gar nicht. Und das bei der Red Copper, mein Freund. Ah, da unten, okay. So, da, 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 da. So, okay, der hat auch schon den Kopf verloren. Oh, ich will wieder eine helle Stage haben und keine dunkle. Wo? Wo? Wo kommt der Luftballon? Oh, das du mit... Ich seh nie, wo der hier kommt. Wo kommt der Luftballon? Nach hier unten. Er willst mich verorschen jetzt. Das ist scheiße. Sonst jetzt muss ich warten, wo der kommt. Ah, okay. Hundenbauerer, äh, Obenbauerer, so. Hatten wir nur ein oder zwei? So. Was? Oh nein, scheiße. Ähm, ähm. Ähm, ähm. Och nein. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich will wieder eine helle Stage haben. Oh, scheiße. 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 scheiße man habe schnacht der abschnecht gut gerettet den abstand gut gerettet den delfin das ist ja scheiße 21 du ist Kann das sehen, dass der Nebel jetzt noch näher dran ist? Oder teils ich mich da? Kommt man da Leute, kommt! Na los! Äh, lalalalalala, ich brauch mehr Sonne, mehr Sonne brauch ich! Braid! 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 Hm, das ist jetzt ein bisschen kompliziert! Ich weiß gar nicht, ob die fliegenden Viecher jetzt auch, äh, auf, aufs Wasser langfliehen. Aber ich glaube nicht. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ohhhh! Ich volltrottel! In0 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 und ich habe das genau gekonnten falschen stelle hingesetzt klassisch die kennt doch über wasser oh scheiße Oh nein, die kennt die Professor. Ich kann kotzen. Und ich habe gekonnt wieder Faltchen gesetzt. Ach, ich kann kotzen. Ähm, ja, was machst du denn jetzt? Nein. Nein. Okay. Ich habe verloren. Ich werde schnell starten. Oh, fuck! Das kann doch nicht sein, verdammt! Warte mal, wir probieren es mal ganz anders. Zurück zu den alten Wurzeln. Das kann doch nicht sein, Alter! Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. 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 Ich versuch's mal. Ich versuch's mal. Okay. 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 Bye. Okay. Merkt ihr jetzt das Problem, was mit den Sonnenblumen ist? Was ist das Problem, was mit den Sonnenblumen ist? Um, where are you? Krass irgendwie läuft das dann ja irgendwie läuft das viel besser was scheiße ich hab nur aufgepasst das ist dumm ich seh nie wo die herkommen oh fuck fuck shit gut das sind wir schon mal abgesichert von den ganzen scheiß okay das haben wir schon mal hingekriegt das ist schon mal sehr geil gut so zack gott wir sind schon mal abgesichert schon mal sehr geil scheiße ich werde eigentlich unten noch hinsetzen ähm oh wir haben es geschafft alter scheiße wir haben es echt gepackt ach geil ich weiß gar nicht wie sehr mich das freut alter wenn sie zeigt wer hier die king im ring ist coolen taco was hast du mit diesem taco vor was wir mit diesem taco vorhaben sehen wir dann in dem nächsten part von pflanzen versus zombies mit seinem copycat ich wünsche euch einen schönen Tag haut rein Leute macht irgendwas sinnvolles und habt Spaß dabei ghyd auf sie